Heute ist der Volleyballtrainer Moog zu Gast im Saarland. Wir sind bei den Provinvolleys TV Holz. Das ist in der Nähe von Saarbrücken. Das ist Ellen, das ist Luisa und das ist Patrick. Ich bin hierher gekommen zum TV Holz, weil ich hier das weltbeste Kinder- und Jugendtraining sehen möchte. Und was meint ihr, ist das das weltbeste Training, was es hier gibt? Ja! Und da bin ich ganz gespannt, was wir heute sehen und da werde ich mal gucken und da habe meine Kameras mitgebracht. Wir werden alles aufzeichnen und jetzt kommt alles zu Hause, auch nachverfolgen. Okay? Tschüss! Bis nachher! So, los geht's!